als tipp dieser woche empfehle ich dir ein gemeinsames exploratives bibelstudium es macht so viel spaß gemeinsam mit anderen die bibel zu lesen letzten samstag haben wir uns getroffen bei uns zu hause so als hausgemeinde und neben essen und beten und austauschen und quatschen und lobpreis leder singen gemeinsam haben wir uns auch zeit genommen um in die bibel in das wort gottes gemeinsam einzutauchen und ich möchte euch jetzt einfach weitergeben was wir gemacht haben wie wir das gemacht haben also sind wesentlichen fünf schritte und die möchte ich euch hier jetzt weitergeben vorab noch ein paar voraussetzungen damit dass es gemeinsame bibel entdecken auch gut funktioniert also die wichtigste voraussetzung ist natürlich brauchst zeit eine stunde oder eineinhalb und idealerweise trefft ihr euch regelmäßig um das wiederholt zu machen dann brauchst du leute die gerne mit dir in die bibel eintauchen freunde verwandte bekannte nachbarn wer auch immer offen ist und interesse hat da der sie dazu ein dann braucht jeder eine bibel falls nicht zur hand gibt es auch genügend apps dann natürlich einen guten vertraulichen gemütlichen ort wo man sich treffen kann was das nicht möglich ist geht es natürlich auch per video call was sich auch bewährt ist dass einer in dieser gruppe die rolle des moderators übernimmt der achtet auf die zeit leitet zu den einzelnen phasen über und achtet darauf dass wirklich jeder sich einbringt und einbringen kann und es nicht seine rolle jetzt die ganze zeit zu reden und wenn man will kann man diese rolle auch bei jedem treffen wechseln zu den fünf schritten der erste schritt einen bibeltext auswählen ihr entscheidet euch was ihr lesen wollt müsst ihr auch entscheiden wie viel an diesem abend gelesen wird und dieser text bildet dann die grundlage für diese ganze gemeinsame zeit und je nach ziel und zeit nicht zu viel nicht zu wenig da geht man als gruppe natürlich auch durch einen lernprozess und lernt wie viel schaffen wir pro einheit der zweite schritt den text lesen wir uns so gemacht dass jeder für sich liest genau und gründlich genug zeit dafür nachdem jeder fertig ist lesen wir noch einmal laut einer liest es vor wir haben dann auch eine zweite übersetzung dazu genommen so dass kann man machen und es ist wichtig genau zu lesen weil der dritte schritt kommt der dritte schritt den bibeltext wiedergeben das ist einer der wichtigsten schritte wie ich meine jeder klappt die bibel zu legt das handy weg und man versucht als gruppe gemeinsam eins zu eins aus dem gedächtnis wieder zu geben was da gestanden ist nicht wort für wort aber mit eigenen worten und exakt und gemäß also am besten beginnt einer und versucht das wieder zu geben und die anderen helfen ihm indem sie ergänzen oder auch korrigieren und ihr werdet erstaunt sein wie viel man gelesen hat was gar nicht dort steht also dieser schritt ist für mich der wichtigste weil man genau wahrnimmt was steht in der schrift und was steht gar nicht dort der vierte schritt hier haben wir am meisten freiheit wenn der schritt drei geklärt ist und wir klar sind was da steht können wir von herzenslust loslegen und überlegen was bedeutet das was will mir die schrift damit sagen was will mir gott damit sagen wie kann ich das verstehen gerne kann man hier auch andere bibelstellen dazu nehmen und sagen das erinnert mich an das oder dort steht das das widerspricht dem man kann als gruppe ordentlich diskutieren aber achtung 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 die zeit sie läuft und hier muss der moderater schauen dass man dann auch die kurve bekommt zum schritt fünf und der ist auch ganz wichtig die praktische anwendung jeder soll sich fragen was habe ich gelernt und wie kann ich das in meiner nächsten woche praktisch umsetzen was wird nächste woche anders sein welche erfahrung möchte ich dadurch machen und dass wir so konkret sind dass wenn man sich wieder sieht jemand den anderen fragen kann und du hast gesagt du möchtest das tun hast du es getan das waren die fünf schritte die sind wirklich einfach und machen viel spaß ist auch gut vorher noch gott zu bitten dass er zu einem spricht und auch danach noch einmal zu beten dass das was man da jetzt neu erkannt hat auch im leben sichtbar wird dass gott das herz und die hände und das leben transformiert hier noch einmal zusammenfassend also was machen wir mit dem bibeltext gemeinsam zuerst einmal einen auswählen dann lesen wir ihn genau dann versucht man das aus dem gedächtnis wieder zu geben und dann wenn das klar ist versuchen wir es gemeinsam zu verstehen was steht da was will dieser text mir sagen und am ende fragt man sich wie kann man das umsetzen ich möchte euch ermutigen das einmal auszuprobieren das macht viel spaß ist total spannend niemand muss sich da groß vorbereiten und ihr werter leben wie der heilige geist euch offenbarungen schenkt einsichten gibt euch ermutigt euch auf dinge hinweist einen blick frei macht auf gott seinen plan seinen willen für dich und für das leben von vielen anderen sei gesegnet damit ein